ahahaha uhhhh, ich brauch Wasser ich hab das grad auch und ich hab neuscher Effekt ich sterbe gleich auch 27 Minuten alter das ist krank und dann nimmst du voll Schaden noch dadurch ja, ja weil irgendwie die kleinen Zombies total ultra sind was sind das für Zombies denn? Minispin? du könnt ja eben auch so uuuuhhh was meinst? alter, spinne nein 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 Mama ahahahahahahaha ahahahahaha ah ich will einmal reingucken, okay? mach doch, wo hab ich doch aufschwungen ich geh da einmal rein ich geh mal irgendwo hier in ne Ecke dann kann ich ein Loch direkt runterschlagen ich will mir das einmal angucken da muss es doch irgendwas geben unten alter lol was geht denn bei denen ab falsch? ja ne das ist ein Spawner sind das alles Blizz Spawner? ne das ist ein Witch Spawner Alter die werfen sich nur gegenseitig ab witch 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 ja weil weißt du warum das anfängt? weil die Spinnen gegen die Witches kämpfen naja und Blizz Alter sind das für kleine Zombies die sind doch total OP sind sie auch das stimmt aber richtig OP hast du schon mal drunter? ne das ist wirklich die letzte Ebene ja ist es auch das ist bestimmt einfach nur so ne ATP Farm soll das werden mit Blizz aber von dem Blizz Spawn keine richtig ne? nö harsch hier ist nichts hi hallo ja vor allem jetzt habe ich diesen scheiß Effekt nur hol dir einfach einen Eimer Milch hab ich schon ich habe einen dabei hier lohnt sich doch gar nicht runter zu gehen also nicht wundern warum wir jetzt in Creative gehen das ist was will man hier unten? herrlich? ich leuchte diese ganze Scheiß hier mal aus unten weil wir kommen hier nicht klar überhaupt nicht die spawnen immer mehr ja aber jetzt keine mehr tschüss jetzt erstmal alles ausleuchten hier unten ja muss es doch irgendwas geben nein hier ist gar nichts doch man kann doch nicht holy stone hier warum ist hier bedrock guck mal hier drunter ist ne Kiste wo? komm mal her guck mal da drunter mach die nicht kaputt warte mal ja ich wollte grad nen bedrock kaputt machen ja kann man nicht kann man den duplizieren kann ich auch nicht ne den spawner muss man kaputt machen ja der spawner bleibt ok ja wir müssen an die Kiste Centos an die Kiste wieso? bleibt der spawner? nein nicht den spawner kaputt machen weißt du wieviel von diesen kleinen Pichern hier sind? ok lol guck rein was? ey hör auf zu gieren die Hälfte Hälfte ganz ehrlich wollte ich grad sagen hier nicht 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 bist du dumm? ich bin im creative mode ich hab keinen Platz wieviel sinds? 10 ok ich geh nach oben tschau warte ich komm mit nee warte mal was? hast du mal geguckt ob hier generell noch welche sind oder nicht? naja sind keine mehr meinst du? ja von jedem Ding an Erz ne wir haben keinen Strom mehr aber vergessen Abzugklemmen eben ne? ja egal ich mach einfach die nächste Batterie dran müssen wir sie ja gleich aufladen mal ja die können wir doch gar nicht aufladen ach das geht bestimmt irgendwie jetzt weiß ich nicht wie das gehen soll ein Fusion Stone ein Steam oh ein Steam oh alter ganz viele Bienen lol ok das ist was für mich das ist net Steam das behalte ich auch kann ich gleich reinpacken ganz viele Bienen wieder nice ganz viele Bienen wo ich mit arbeiten kann hm du bist behindert ich weiß so Ender Time Machine Fusion Steam ganz viele oars ja nötig auch ganz viele nether oars verschiedene sorten diamond poles zwei stück du lässt alles fallen du bist dein Inventar ist voll Centus hab das schon eingesammelt hallo ja dann wenn du es verlierst dann verschwindet das nachher wenn du es einsammelst wieder ich bin doch aus dem Gamer draus ja aber dann machen wir dein Inventar lieber leer komm wegen den ganzen Blöcken gerade wir haben 3 Fusion Style 2000 User left lol ich würde auch ganz ehrlich sagen wir machen mal hier eine kleine kurze Pause an dieser Stelle ja warte doch ich hab noch nicht leer gemacht bei mir ach du bist noch nicht du hast noch nicht leer gemacht nein aha ich bin noch nicht fertig damit ich hatte mir nicht im Schwiderohr aus da sind dann dauernd wieder welche bei ne zwei Adamalteam Blöcke haben wir Lösch ja ist schon mal geil und zwei Bahnen hab ich mal in den Pulver Wither rein lol ey was für ein Ding weshalb kämpfe ich zehnmal gegen den Wither hier lieber ja ok dann würden ja jetzt fehlen nur noch zwei Stück wie viele waren da gerade durch sechs hat er ne ne ja sechs haben wir zwei Stücke hin ist nicht so noch so ein Ohr wir haben ja nicht keine Adamalteam mehr oder hast du noch welche hast du deine Ohrs in dem E-System getan? hier ist noch eins eins ist noch hier hab ich grad den in der Hand wie was hast du denn da an ach du hast sie wieder alle in den Inventar ne ja ja dann was willst du damit wenn du keine Acht hast da sind sie da ist noch eins drunter pack das rein wenn du keine Acht hast du hattest keine Blöcke bekommen davon ne? hab ich nicht als wärs der doch irgendwo da oben angezeigt krieg dich aus damit mal gucken irgendwie muss der Strom wieder hierhin kommen kann ja nicht anders sein nein die sind alle gefüllt und das läuft ja nicht dauerhaft hab ich schon mal geguckt ja irgendwie muss ja auch Strom produziert werden ja normalerweise hätten wir das selber bauen müssen aber du hast das ja komplett auseinander gebaut da unten ja hab ich schon warum da unten kann man immer noch was sitzen guck man da oben ist noch genug Platz du glaubt mal mit Maul hier ist doch nur ne Weedfarm ich hoffe dass ich weiter produziert oh die braucht aber Arschlange geil ich hab schon so viel Strom komisch wir fix schauen wie viel wir an Iwin noch haben Iwin ist nicht mehr viel geworden ok na gut Zentrum wie weit bist du? warum hast du da oben Holz jetzt hingepackt? weil die Teile eben runtergefallen sind die Blöcke die Blöcke warum? warum hast du jetzt die offen gemacht? das schicke ich nicht die Blöcke das ist ja auch noch so so siehts wie ein bisschen angenehmer ok aus so hast du alles fertig? ja wir müssen so weit erst nur noch alle Questen fertig machen welche Questen? dass wir generell noch weiter kommen dann ja ja hatten wir noch irgendwo welche? nö die anderen muss ich gucken wir sollten uns jetzt hier ein bisschen mit Bienen rumbasteln aber das dauert wirklich da musst du mit ach weiß ich auch nicht The Nightmare hat die noch nicht abgegeben gehabt noch vorhin die hieß noch Bossfight kill a wizard ja das haben wir ja na gut das eine hier noch mit den Energy können wir noch machen da gibt es sogar einen Poison Generator ok Patenium Block und so das müssen wir auch noch mal alles machen ja weil da können wir noch was machen nether meddates mhm ja du kannst mehr ansehen weil du diese eine Quest da weil du die Enderkoste abgebaut hast hey das ist bei wo ich nicht abbomb hier wo ich in den Deep Dark Boom wo ich hier nicht hin konnte Victoria's Monument ist das für Vogel so ja da sind sowieso noch viel offen da musst du die ganzen Blöcke herstellen Adamantine ist bei Fantasy Metals ja die musst du sowieso einmal einen Block herstellen da brauchst du ein neues Stück und dann musst du den erst protecten und dann kannst du erst was Neues daraus craften boi das fehlt noch was ja da gut Leute wollen wir sagen bern wir erstmal die Aufnahme ja nachdem bei mir anderthalb Stunden und einfach so futsch weg sind hihihi und ich aber mal sagen bis zum nächsten mal bei Minecraft Meddain with Energy mit Tentos 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 mit Tentos